Was ist die Krise für die Politikwissenschaft? Zunächst mal stellt jede Krise eigentlich für die Politikwissenschaft erstmal eine Chance dar. Da hat man, oder man sagt, es öffnet sich das Fenster der Möglichkeiten für richtigen Politikwandel. Also nicht nur inkrementellen Wandel, kleine Schritte in der Alltagspolitik. Viel mehr kriegt man nicht durchgesetzt normalerweise. Aber in der Krisensituation, da geht mehr. Also da öffnet sich ein großes Fenster, man kann großen Politikwandel anstreben. Und als Beispiel dafür nimmt man immer Fukushima zum Beispiel. Da gibt es einen großen Wandel in der Energiepolitik. So könnte man sich das jetzt vielleicht auch vorstellen in der Corona-Krise, dass man sagt, da öffnet sich ein Fenster und vielleicht auch für die Klimapolitik. Aber die Frage ist dann natürlich, wenn sich das Fenster öffnet, welche Prioritäten werden dann gesetzt? Also wo soll es dann tatsächlich hingehen? Und das ist natürlich im Moment noch nicht klar. Vielleicht gibt uns dieser Autogipfel, der seine Ergebnisse ja Anfang Juni kundtun will, dann die ersten Zeichen davon, welche Prioritäten gesetzt werden sollen. Soll es Richtung Wirtschaft oder Richtung Umwelt? Oder versucht man, wie ja meistens, beides irgendwie miteinander zu vereinen? Eine Überlagerung findet schon statt, weil einfach Aufmerksamkeit begrenzt ist. Also die Medienaufmerksamkeit, da kann man immer sagen, in eine Zeitung passt nur begrenzt viel rein. Und auch in die sozialen Medien passt zwar sehr, sehr viel mehr rein, aber die Aufmerksamkeit des Einzelnen auf die einzelnen Themen ist eben begrenzt. Und das heißt, es wird darum gekämpft. Und da würde ich sagen, hat die Klimapolitik oder auch die Klimakrise das Nachsehen im Moment. Das mag dann auch noch wieder Effekte haben auf das Politische, wenn man sagen kann, der Druck ist jetzt nicht mehr so groß. Der Druck ist auch von Seiten der Corona-Krise deutlich größer. Das heißt also, da möchte man ja schon jetzt was voranbringen. Und im letzten Jahr war es eben ganz anders. Da war eben der mediale Druck, der Druck aus der Bevölkerung relativ groß, etwas in der Klimakrise zu tun. Das hat jetzt so einen gewissen Abschwung. Was den Willen der Zusammenarbeit betrifft in der internationalen Klimapolitik, bin ich vielleicht nicht ganz so enthusiastisch. Zwar hat sich die internationale Gemeinschaft auf gemeinsame Ziele einigen können in Paris 2015 und haben gesagt, wo die Ziele liegen sollen, haben aber dann die Umsetzung auf die einzelnen Mitglieder verschoben, sodass jeder so seine eigenen Ziele setzen musste dahingehend. Und das heißt also so richtig der ganz gemeinsame Wille und die ganz gemeinsame Linie ist zwar im Ziel vorhanden, aber in der Umsetzung eher noch nicht so. Das sieht man dann auch, dass das möglicherweise ein bisschen auseinander geht. Und einzelne Länder, also insbesondere natürlich die USA, sind ja schon wieder ausgestiegen aus diesen Klimazielen, die man sich 2015 gesetzt hat. Oder der Ausstieg erfolgt dann jetzt im November tatsächlich letztendlich. Und das heißt, da war sowieso schon mal keine Einigung. Das können wir jetzt auch der Corona-Krise nicht in die Schuhe schieben. Die EU hat auch eine Klimapolitik und vielfach ist die auch inspiriert von der internationalen Ebene, die Klimapolitik, die Ziele dort gesetzt worden sind. Und im letzten Jahr ist die EU-Kommission dann gekommen und hat den New Green Deal vorgestellt. Und eines der Ziele in diesem New Green Deal sind eigentlich keine Netto-Treibhausgas-Emissionen in der Zukunft. Jetzt haben sich schon die Umweltminister der einzelnen Länder der EU, nicht aller Länder natürlich, sondern nur einige, haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, sämtliche Instrumente, politischen Instrumente, die jetzt eingesetzt werden sollen, um möglicherweise die Wirtschaft wieder in den Schwung zu bringen, sollen doch bitte den New Green Deal als Basis nehmen. Also, dass die Instrumente nicht dem zuwiderlaufen, was im New Deal eigentlich schon drinsteht. Ob das tatsächlich so umgesetzt werden wird, das müssen wir dann in den nächsten Wochen verfolgen. Es gibt große Ähnlichkeiten zwischen Coronapolitik und Klimapolitik. Was man nämlich in beiden sehr, sehr gut beobachten kann, ist, dass die Frage von Wissen, Nichtwissen, Komplexität und Unsicherheit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und jegliche Form der politischen Entscheidungen in solchen Krisen, gerade in solchen Krisen, müssen getroffen werden, obwohl diese Unsicherheiten da sind. Obwohl man es eben nicht ganz so genau weiß. Also, dieses Nichtwissen spielt in beiden eine ganz große Rolle und das kann man eben sehen. Also, da sind deutliche Ähnlichkeiten. Und dann gibt es aber auch deutliche Unterschiede. Und zwar kann man erkennen, in der Coronakrise, da sieht man aktuell die Effekte. Das ist etwas, was uns derzeitig betrifft, also die tatsächliche jetzige Generation. Da ist die Politik nochmal stärker genötigt, tatsächlich in Aktion zu treten. Während in der Klimapolitik man möglicherweise einige Effekte schon sehen und spüren kann. Andere aber vielmehr auch auf spätere Generationen zutreffen wird. Und da ist der Druck vielleicht nicht ganz so hoch, aktuell direkt sofort zu reagieren. Und da wird es dann natürlich immer schwieriger. Und zudem kommt die Klimapolitik insofern etwas undankbar für die politischen Entscheidungsträger, da sie wahrscheinlich nicht innerhalb von einer Wahlperiode gelöst werden kann und damit auch ein Erfolgserlebnis dasteht. Und da wird es dann die Klimapolitik insofern. Untertitelung des ZDF, 2020